Voyage to go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur elften Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain Cook in die Südsee und um die Welt. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur, er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den Folgen dieser Staffel des Voyage to go History Podcast werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir mit Georg Forster nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. In der letzten Folge ankerte die HMS Resolution in Neuseeland. Beim Landgang wurde Georgs Vater von Sandfliegen übel zugerichtet. Erstmals kamen sie auch in Kontakt mit einer Familie neuseeländischer Ureinwohner. Sie unterhielten sich, verstanden sich aber nur wenig. Dafür tauschten sie einige Geschenke aus. Leider wurde auch die botanische Sammlung der Forsters ruiniert. Grund dafür war ihr feuchter, düsterer Ankerplatz. Freitag, 9. April 1773, Dusky Bay, Neuseeland. Die Unannehmlichkeiten waren zwar lästig, aber akzeptabel, denn in dieser Gegend gab es immer frische Fische. Dank gesunder Ernährung, darunter auch Sprossenbier und Myrtentee, blieben sie stets frisch und munter. Seit ihrer Ankunft waren sie echte Fischliebhaber geworden und viele aßen ausschließlich Fisch. Um Überdrust zu vermeiden, probierten sie oft neue Zubereitungsarten aus. Sie kochten Fischsuppen, Fischpasteten, brieten, rösteten und stoben sie. Doch merkwürdigerweise verstärkten ihre Kochkünste den Ekel, den sie eigentlich vermeiden wollten. Diejenigen dagegen, die einfach ihre Fische in Meerwasser kochten, behielten hingegen ihren vorzüglichen Appetit. Noch eigenartiger war, dass sie trotz der Vielfalt nur eine Fischart von den Matrosen wegen ihrer schwarzen Farbe als Kohlfische bezeichnet, zu sich nahmen. Diese ähnelten in Geschmack und Aussehen dem englischen Kabeljau. Ihr Fleisch war fest und nahhaft, wenn auch nicht so delikat wie das einige andere einheimische Fischarten, die sie jedoch nicht dauerhaft in ihre Mahlzeiten aufnahmen, da sie aufgrund ihres Fettes oft zu weich waren. Gelegentlich sorgten größere Hummer, einige Schalfische sowie Seeraben, Enten, Tauben oder Papageien für eine angenehme Abwechslung in ihrer täglichen Kost, die im Vergleich zu ihren Seereisen nun als üppisch und verschwenderisch galt. Die gesamte Reisegesellschaft, vom Kapitän bis zum einfachsten Matrosen, spürte die positiven Auswirkungen dieser veränderten und verbesserten Ernährung. Jedes Tier an Bord schien sich zu erholen, nur die Schafe nicht. Aufgrund der Natur des Landes konnten sie nicht so gut gedeihen wie die Menschen. Das südliche Ende von Tamaypuenamu, wie die südliche Insel von Neuseeland in der Landessprache genannt wurde, bestand überall aus steilen, felsigen Bergen, die von tiefen Schluchten getrennt waren und die unten dicht bewaldet waren. Nur in den Buchten fand man flaches Land, meistens am Bachufer. Doch selbst dort wuchsen hauptsächlich Sträucher und Dornbüsche oder das Gras war zu wenig und zu grob für die Weide. Das Schlimmste war, dass selbst die Mühe, nach frischem Gras zu suchen, vergebens war, denn die Schafe verschmähten es, was alle verwunderte. Bei genauerer Untersuchung stellte sich heraus, dass ihre Zähne locker waren und sie alle Anzeichen von bösartigem Skorbut zeigten. Von den vier Mutterschafen und den beiden Böcken, die Kapitän Cook vom Kap der guten Hoffnung mitgenommen hatte, hatten nur zwei überleben können. Diese befanden sich jedoch in so elendem Zustand, dass es fraglich war, ob sie überleben würden. Daher wurde deutlich, dass bei der Absicht, Vieh als Geschenk unter den Bewohnern der Südsee zu verteilen, künftige Überfahrten so schnell wie möglich zurückgelegt werden und die Kälte vermieden werden sollte. Hierzu muss der kürzeste Weg vom Kap nach Neuseeland in der besten Jahreszeit genommen und ständig in gemäßigten Breiten verblieben werden. Sonntag, 11. April 1773, Dusky Bay. Die klare und helle Luft schien einen schönen Tag zu versprechen, was besonders ersehnt wurde, da sie seit ihrer Ankunft in Dusky Bay aufgrund des nassen Wetters die Segel und das Leinengewebe nicht trocknen konnten. Da die Boote heute nicht benötigt wurden, ließen sie sich zur Bucht übersetzen, um nach Naturmaterialien zu suchen. Dort hatten sie das erste indigene Boot entdeckt und von weitem einen Wasserfall gesehen, der als Kaskadkauf oder Kaskadenbucht bekannt war. Der Wasserfall schien in einer Entfernung von zweieinhalb Kilometern nicht besonders beeindruckend zu sein, was jedoch auf seine hohe Lage zurückzuführen war. Um ihn vollständig zu sehen, mussten sie einen Berg erklimmen, der mindestens 100 Meter hoch war. Von dort aus war die Aussicht groß und prächtig. Der auffälligste Anblick war eine klare Wassersäule, etwa acht bis zehn Meter im Umfang, die mit reißendem Schwung über einen senkrechten Felsen aus einer Höhe von etwa 50 Metern stürzte. Bei etwa einem Viertel der Höhe traf die Wassersäule auf einen vorstehenden Teil des Felsens, der von dort an leicht abfiel und dann als transparente, etwa 13 Meter breite Wasserwand über den flachen Felsenrücken hinweg schoss. Während des schnellen Abstiegs begann das Wasser zu schäumen und brach an jeder hervorstehenden Ecke der Klippen, bevor es in ein schönes Becken stürzte, das etwa 30 Meter im Umfang betragen mochte und an drei Seiten von ziemlich senkrechten Felswänden eingefasst war, vorne jedoch von großen, unordentlich übereinander gestapelten Steinmassen umgeben waren. Zwischen ihnen drängte sich das Wasser wieder heraus und fiel schäumend und schnell den Berg hinab ins Meer. Die Luft war mehr als 50 Meter um sie herum mit Wasserdampf und Dunst erfüllt, der durch den heftigen Fall entstand und so dicht war, dass ihre Kleider in wenigen Minuten durchtränkt waren, als ob sie im heftigen Regen gewesen wären. Dennoch ließen sie sich von dieser kleinen Unannehmlichkeit nicht abhalten und betrachteten das schöne Schauspiel von verschiedenen Seiten aus, indem sie auf die höchsten Steine vor dem Bassin stiegen. Von dort aus zeigte sich ein beeindruckender Regenbogen, der bei hochstehender Mittagssonne in den Dämpfen der Kaskade vollständig kreisrund und sowohl vor als auch unter ihnen zu sehen war. Neben diesem Licht- und Farbenkreis war der Wasserstrahl mit prismatischen Farben jedoch in umgekehrter Reihenfolge gefärbt. Nachdem sie sich ausgiebig an diesem prächtigen Anblick erfreut hatten, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Blumen, die den Boden in dieser Gegend belebten, und auf die Vögel, die fröhlich um sie herum sangen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie noch keinen Ort in der Bucht gefunden, an dem die Natur in Flora und Fauna so schön und reich war wie hier. Vielleicht milderte die stärkere Brechung der Sonnenstrahlen an den steilen Felswänden und die geschützte Lage gegenüber den Stürmen das Klima hier im Vergleich zu anderen Orten. Denn der Boden selbst war nicht besser als an anderen Stellen der Bucht. Er bestand wie überall aus guter, fruchtbarer Erde und die Felsen und Steine um die Kaskade waren teilweise Granitmassen, teilweise eine Art gelblichen, tonigen Sandsteins in Schichten, der in ganz Neuseeland sehr verbreitet ist. Gegen Abend kehrten sie mit ihren heutigen Entdeckungen äußerst zufrieden an Bord zurück. Bei ihrer Ankunft wurde ihnen berichtet, dass die indigene Familie, die sie morgens in ihrem größten Boot zur Bucht fahren sahen, sich nach und nach aber mit großer Vorsicht dem Schiff genähert hatte. Kapitän Cook war ihnen mit einem Boot entgegengefahren, konnte sie jedoch nicht überreden, an Bord des Schiffes zu kommen und musste sie daher ihrem eigenen Willen überlassen. Tisa führte sie nicht lange danach in eine kleine Bucht in der Nähe ihrer eigenen, wo sie sich mit dem Boot gegenüber an Land setzten und so nah waren, dass man sie hören, und mit ihnen sprechen konnte. Der Kapitän ließ die Querpfeife und den Dudelsack spielen und dazu trommeln, aber auch das konnte sie nicht näher heranziehen, denn sie schienen dem Pfeifen keine Beachtung zu schenken und achteten auch nicht auf das Trommeln. Da all dies nicht ausreichte, um sie an Bord zu bringen, ruderten verschiedene Offiziere und Seeleute zu ihnen hinüber. Die Wilden nahmen sie freundlich auf, aber alle Versuche, durch Zeichensprache mit ihnen zu kommunizieren, waren vergebens, da keiner der beiden Seiten sich dem anderen verständlich machen konnte. Als sich Georg Forster und seine Begleiter bei ihrer Rückkehr in der Nähe des Schiffes befanden, waren die Indianer noch da. Daher gingen auch sie zu ihnen ans Land. Der Mann verlangte, dass sie sich neben ihnen setzen sollten und deutete mehrmals auf ihre Boote, die zwischen dem Schiff und dem Land hin und her fuhren, als ob er Lust hätte, auch eines zu besitzen. Da dies ihm jedoch nicht gewährt werden konnte, gaben sie sich nicht besonders Mühe zu erfahren, ob seine Geste diese oder eine andere Bedeutung hatten. Nach einiger Zeit entzündeten die Neuseeländer etwa 100 Schritte entfernt von ihrem Wasserplatz ein Feuer und bereiteten einige Fische für das Abendessen vor. Sie blieben die ganze Nacht an diesem Ort, was als deutliches Zeichen ihres vollständigen Vertrauens gewertet wurde. Eine Gruppe von Offizieren, die den nächsten Tag zur Jagd bestimmt hatte, fuhren auch am selben Abend in einem kleinen Boot zur Nordseite der Bucht, um die Nacht dort zu verbringen und morgen früh rechtzeitig am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Montag, 12. April 1773, Dusky Bay. Am nächsten Morgen ließ Captain Cook ein Boot besetzen und fuhr zusammen mit Georgs Vater zur Mündung der Bucht, um die dortigen Klippen und Inseln zu vermessen. An der Südostseite jener Insel, wo sie zuerst vor Anker gegangen waren und die sie deswegen Ankerinsel nannten, entdeckten sie eine kleine, charmante Bucht. Dort ließen sie sich am Ufer nieder, um einige mitgebrachte Krebse zu verspeisen, ein zweites Frühstück, das der Bucht den Namen Lanschenkauf einbrachte. Nach dieser kleinen Erfrischung setzten sie ihre Fahrt zu den entlegensten Inseln fort und stießen dort auf zahlreiche Seehunde. Mit Kugeln erlegten sie 14 Stück und nahmen sie an Bord. Es wäre ihnen möglich gewesen, noch mehr zu erlegen, wenn sie aufgrund der Brandung auf allen Klippen hätten landen können. Die Seehunde in dieser Bucht gehören alle zu der Art der Seebären, die erstmals von Professor Steller auf Bering Island bei Kamtschatka identifiziert und beschrieben wurden. Daher sind sie sowohl auf der nördlichen als auch auf der südlichen Hemisphäre der Erde zu finden. An den südlichen Spitzen von Amerika und Afrika sowie bei Neuseeland und auf Tasmanien trifft man sie häufig an. Der einzige Unterschied zwischen denen in Dusky Bay und denen, die sich bei Kamtschatka aufhalten, besteht in ihrer Größe, wobei die Exemplare in Neuseeland kleiner sind. Bei dieser Jagd zeigte sich, dass die Seehunde ein hartes Leben führen, denn einige, die schwer verwundet waren, flüchteten ins Meer, obwohl sie so viel Blut verloren hatten, dass Fels und Meer damit gefärbt waren. Für den Speisetisch sind sie nicht besonders geeignet, da das Fleisch fast vollständig schwarz ist und nicht genießbar ist. Herz und Leber hingegen sind essbar. Ersteres könnte man bei großem Appetit und mit etwas Vorstellungskraft für Rindfleisch halten. Und die Leber schmeckt genauso wie Kalbsleber. Nur musste das gesamte Fett sorgfältig entfernt werden, bevor man es kochte, da es sonst einen unerträglichen, tranigen Geschmack hatte. Captain Cook nutzte dies und ließ aus dem Fett einen Vorrat an Brennöl kochen. Auch die Felle wurden sorgfältig aufbewahrt, da sie gut zum Ausbessern der Takellage verwendet werden konnten. Dienstag, 13. April 1773, Dusky Bay. Der erfolgreiche Fang vom vorherigen Tag motivierte sie zu einer erneuten Reise zu den Seehundinseln und Georgs Vater begleitete ihn wie gestern. Doch heute war das Meer ihnen nicht wohlgesonnen, denn es war so aufgewühlt, dass es unmöglich war, sich den Klippen zu nähern, geschweige denn, darauf zu landen. Trotz großer Anstrengung schlugen sie sich um die südwestliche Spitze der Ankerinsel herum, fanden es dort jedoch noch schlimmer. Die Wellen stürzten mit solcher Wucht auf sie und türmten sich so hoch, dass selbst die Matrosen seekrank wurden. Dennoch ließ sich der Kapitän nicht davon abhalten, bis zur nördlichen Küste der Insel zu fahren und entlang derselben zu rudern, um die Lage verschiedener Landpunkte aufzunehmen. Es war ein Glück, dass sie diesen Weg genommen hatten, denn das kleine Boot, mit dem am vorgestrecken Abend einige Offiziere auf die Jagd gegangen waren, hatte sich bei dem stürmischen Wetter vom Ufer losgerissen und trieb genau auf eine Klippe zu, an der es zerstört worden wäre, wenn das Boot des Kapitäns nicht rechtzeitig gekommen wäre, um es zu greifen. Man brachte es sofort in eine kleine Bucht in Sicherheit und die Matrosen wurden für ihre Mühe mit den Lebensmitteln belohnt, die die Offiziere noch im Boot vorrätig hatten. Nach einer kleinen Mahlzeit ließ der Kapitän das Boot zu der Stelle rudern, wo seiner Meinung nach die Herren sein mussten, denen das Boot davon geschwommen war. Zwischen sieben und acht Uhr abends erreichten sie die Bucht und fanden ihre Jäger auf einer kleinen Insel, zu der sie jedoch nicht gelangen konnten, da das Wasser wegen der Ebbe nicht tief genug war. Sie mussten also an einer benachbarten Landspitze aussteigen und sich wegen des bereits verstrichenen Tages damit abfinden, die Nacht dort zu verbringen. Mit großer Mühe schafften sie es schließlich, ein Feuer zu entfachen, breten einige Fische darüber und legten sich nach dem Essen ziemlich unbequem zum Schlafen hin. Der steinige Strand als Bett und der Himmel als Decke. Damit geht der elfte Teil von Georg Forsters Reisung um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden, an Bord eines Dreimaster-Segelschulschiffs, in den Dschungel von Sumatra oder auf eine Reise von Küste zu Küste durch die USA. Das alles findet ihr am Podcast Voyage to Go, den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine elfte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir auch in den kommenden Wochen weiterhin unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Dannernernernernernernernern Untertitelung des ZDF, 2020